So, play like a legend. Ah, let's play like a legend. Ach, gib auf Trotz! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holston TV, sagt euch der Opa Mario, der alte Sack. Muss ja weitergehen. Wer ist denn Joshua? Den kenn ich ja noch gar nicht. Wann ist der denn eingestiegen? Die wollen alle meinen Pokal. Das muss ich verhindern. Das muss ich verhindern. Schwer nicht los. Kann ich mit einem Blöden Bumfarten spielen. Das wird natürlich wie gut. Ah, das ist ein Blöden Bumfarten. Nichts. Was soll ich ein Blöden Bumfarten spielen? Oh, gib nicht mehr so sein. Ich muss... Ich will aber nicht in den Bunker. Spring rüber. Na ey, verandere rüber. Na nö. Der soll größer als ich. Oh, wouldn't that have been nice. What are we looking at for this part, Henny? This is downhill, kombi to the hole. Aber ich muss sie noch weiter weglegen von... von... von Fahne. Dass sie gar nicht erst entgegen springen kann. Ich probiere, diesmal 2 Meter Abstand lassen. Der holt ja meistens sowieso immer noch. Oh, that's a clutch par. Gut. Oh, this is a precarious position, if you don't mind me saying Rich. They have the lead, but there's plenty chasing with just 9 to play. Yeah, but I like the position. I like being out in front. It forces the other players who come and catch you. I like their position. Und dann habe ich noch das passende Outfit. Das passende Aussehen gefunden. Das war schön. Oh, that's a high-caliber shot. They're thinking of going for this one, guys. Gotta be aggressive. Love this play out here. Yeah. It might be ambitious play, but I like it. Looks like they're going for the green here. It's too late. Scheiße. 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 Bleib doch hier. Bleib hier. Bleib bitte hier. Gebo hier. Ja, well, it might not be able to agree, but it's right up near the surface. What a sensational play on this par 5 there, Luke. Here we are, Rich. A wonderful opportunity on the table, a chance to go back to back. Just how big was that? Obviously massive, but I'm very impressed. They've put themselves in a position to win for the second week in a row. Impressive. So, 13. aber wenn ich treffen würde die richtung gehen was mir dann sollte das ja ein bisschen besser klappen was in frage dem henni ohne anzurecken henni hat gesagt aber henni hat auch schon mal falsch gesagt also ist das gar nicht so relevant was henni sagt was heute daraus macht es immer noch die andere sache und das ist das war es heute schon vorher selber nicht so richtig sie ist nämlich zu frühlos hier lassen ich denke so kurz jetzt hab ich mir so schnell drüber und dann hört man vorher auf nach der rolle überlebt eine paar vor steckte die zähne das ist ja blöd das geht nicht mehr das kannst du nicht mehr Let's head to the last hole for this wonderful one. Muss ja das alleine machen. Ja, Aussehen ist nicht alles. Das kenne ich von mir selber auch. Und hier sind wir mit der dritte Schuhe. Er wird noch mehr dazu. 7... 8... Ja. 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 Let's move on to the next. and this is quality play still on top of the leaderboard. Hmm. So, wieder direkt zur Sache. Denn... Gucken, was es wird. Mit Bremse. Oh, die Kraft, die Kraft, wieder so schwach. So ein Schütze, so ein Schütze-Ding. So, und dann kommt er drüber. Aber wie weit? So? Entweder oder? Na? Schade. 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 Das reicht aber noch nicht. Er ist nämlich... Keine Reserven, aber gar nichts. Aha, da geht's. Das ist ein Schütze-Ding. Das ist ein Schütze-Ding. Ich habe zurückgeschraubt. Okay. Halt an. Ich habe zurückgedreht. Boah. Das ist ein bisschen weit. Nein, geht doch noch. Nein, geht doch noch. Wenn wir bloß 43% Kraft brauchen, dann geht's doch noch. So. Nein, geht doch. Wie ist das denn? Danke schön. Das ist ein Schütze. Danke schön. morgen kommt mein green screen tuch dann kann ich auch mal so zeigen dass wir das geht mit dem streben und ich auch mal live streams machen der zukunft golf gucken live das wasser wieder bis dahin kommen wir auf keinen fall riskieren wir können nicht riskieren darüber raus zufrieden dann diesmal lieber so das war die akka mal rafter testen so Das war gut. Aber ich finde das so gut. Das sollte mal aufklappen, ja. Und das wäre nicht schön, wenn die jetzt noch vorbeigeht. Das sind die Mannschaften haben sie hier gezaubert. Das wird beim Spielen nicht langweilig. Hauptsache drauf. Und Richtung, schon mal Richtung Fahne so. Und nicht wieder wegrollen. Nicht wegrollen. Dann ist er wie zu Ende. Ihnen zeigen wir richtig, dass er bleibt, dass er nur. Das sollte eigentlich. Nicht, dass er reinkommt, dass er ganz woanders geht. So, ranzetzen wieder. Zum Besser gucken. Das lässt sich nur schwer sagen, ey. Ich lasse den so an. War auch nicht höher. Ich lasse den so an. Na? Oh, jo, 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 danke. Dankeschön. Oh, du bist der Beste. Du bist der Beste.